Willkommen zurück hier zum Witcher. So, wir werden uns jetzt unsere Belohnung abholen, da wir die nette Dame ebenfalls aufs Land geschickt haben oder in die nächstgrößere Stadt. Succubus, ein Succubus war das. So, mal sehen, was wir da für kriegen. Tach, Meister. Tach. Wut? Ja. Es wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. So. Was gibt's denn? Ja, Quest abgeschlossen. 270. Oh, es lohnt sich. Ja, wir hätten vielleicht noch zwei Kronen mehr kriegen können, wenn wir gehandelt hätten fünf Minuten lang. Ah. Ah, okay. Wir kommen der nächsten Stufe schon näher. So. Die weiße Dame wollten wir ja noch machen. Ah, Freiwilliger. Das haben wir auch noch. Da werden wir mal gucken, wo wir da hin müssen. Da hat's auch überall noch Aufträge. Da wär's am besten, wenn wir da zum Westtor reisen. Wo haben wir hier das Nächste. Da müssen wir zum Platz. Da machen wir dann die Schnellreise. Und dann gucken wir uns das mal an mit dem Freiwilligen. Weg da. Ach, scheiße. So. Weg da. Was? Das hat wehgetan. So. Da. Schnellreise. zum Westtor. Zack. So. Und dann. Wo schickt er mich jetzt lang? Nee. Andere Richtung. Ich will da über die Brücke. Sonst hätte ich ja gleich zum Hafen reisen können und schwimmen. Dann machen wir den und dann die weiße Dame noch. Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Norwigraden seit über acht Generationen. Seit acht Generationen. Ja. Lang lebe Radu Wien. Ja. Das hatten wir doch jetzt schon oft genug, oder? Ein Händler. Hier. Hallo. Können wir dir noch ein bisschen Blunder andrehen? Ach so. Ich habe mir übrigens noch einen neuen Sattel geholt. Äh. Jetzt können wir ein bisschen mehr tragen. Finde ich schon mal vorzüglich. So. Das langt. Lebe Wohl. Lebe Wohl. Das finde ich schon mal sehr gut. Was haben wir da? Ein paar Trunk, ne? Nehmen wir natürlich gleich noch mit. Versucht der Hasen zu jagen? Der jagt Hasen. Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Wir müssen uns weiter rechts halten. Das muss irgendwo da drüben sein. ist das ein Strauch? Oder irgendwas anderes, was ich nicht mag. Wir werden es gleich erfahren. Aber zwischendurch tun wir gleich mal speichern. Nein, es ist ein Strauch. Oh Wunder. So. Was ist denn hier los? Was sind das für Geräusche? Ich glaube, ich habe nur wieder ruft. Und da du, Netschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang. Kein Boot klauen. Was? Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Das, das ich, siehst du nicht. Ich komme zur Armee von König Radowit. Befehl, Boote bewachen. Okay. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich, Boote bewachen, sagen Redanier. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut. Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern geschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken. Und singen. Sie singen. Troll hört zu. Bumm. Kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen. Rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten. Sieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um. Auch Soldaten. Pff. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache. Ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch. Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich seh gar keine... Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde. Nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Äh, nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Hm, Farbe? Was meinst du? Farbe. Farbe. Bunte Farbe. Rote Farbe. Weiße Farbe in der Stadt. Geh. Ich bewache Boote. Okay. Okay. Spür ich Farbe. Pass Farbe für dich auf. Du gut. Redanier Armee vergisst nicht. In Gameby so viel noch nie. Okay. Wir gehen ihm jetzt mal ein bisschen Farbe holen. Äh. Da machen wir aber jetzt den schnellsten Weg. Und schwimm da mal ein Stück. Nein, wir nehmen das Boot. Wir nehmen das Boot. Aber ich finde ihn lustig. Der gefällt mir wieder. Da sind schon wieder irgendwelche scheiß Wasserfiecher, die ich... Uh, Boot. Große Boot. Großes Boot. So. Gerald, das habe ich auch schon schneller gesehen hier. Ich muss Farbe holen. Wir brauchen einen neuen Anstrich. Ähm. Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen früh. Dann werden wir doch mal... eine Runde meditieren. Bis die Herren wieder da sind. Äh. Drei. Bis um sechs. Das ist okay. So. Wo ist der Händler? Brauchst nicht zu schubsen. Na los. Nicht lange gefackelt. Zugegriffen. Brauchst nicht zu schubsen. Ist es der? Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Ich brauche Farbe. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Vielen Dank. Bis dann. Und dann zurück. Zu unserem Freund da. Ah, dann machen wir dann Schnellreise. Da brauchen wir nicht schwimmen. Halt. Schnellreise. Da rüber zu unserem Freund. Hallo. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja. Aber weiß nicht, wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie. Mein Befehl eher wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel doll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut. Nicht wie andere. Danke. Trinken wie so viel noch nie. Okay. 50 Punkte. Immerhin. Das war schnell verdient. Ähm. Gucken wir mal, ob er nur auf Boote schaut. Ja. Ihn interessieren nur die Boote. Da können wir hier das ganze Zeug noch mitnehmen. Ah-ha. So. Da hat es noch ein bisschen was. Das war's. Na gut. Da ist die große Suppe. Ah-ha. 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 Wenn man nicht weiß, was drin ist, sieht die eigentlich noch ganz gut aus. so. Haben wir das auch. Äh-ha. 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 Die weiße Dame als nächstes. Wo müssen wir da hin? Mhm. Gut. Da werden wir auch wieder eine Schnellreise machen. Äh. Äh-ha. Hey, nie anzünden. Hier. Das ist der Wegweiser. Zu. Alles klar. Dann werden wir uns mal den Auftrag anhören. Und dann werden wir sehen, wo es dann weiter hingeht. Hallo. Seid gegrüßt, Hexe. Wo es dann weiter hingeht. Hallo. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern. Aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich hab sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht denken wie Miko und seine Bande. Büt. Miko und seine Bande. Wer sind die? Vier Kerle. Alle Saufköpfe und Haugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu Vögeln, damit sie sich vom Acker macht. Oh. Romantiker. Mhm. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Aha. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Torben. Die Leute sagen, sie hätte sich doch eingenistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Miko. So, wo ist denn der Turm? Ach, das ist ja hier in der Nähe. Und da gibt's sogar noch ein Fragezeichen. Und da gibt's noch mehr Fragezeichen. Ja, das machen wir dann. In der nächsten Folge. Für heute beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.